Ich bin Morgan. Ich bin kein normales 16-jähriges Mädchen. Ich bin eine Hexe. Die 16-jährige Morgan Rowlands ist ein ganz normaler Teenager, bis Cal in ihr Leben tritt. Der atemberaubend attraktive Junge scheint sich ausgerechnet für Morgan zu interessieren, die bisher im Schatten ihrer schönen Freundin Bree stand. Morgan ist sofort fasziniert, denn ein dunkles Geheimnis umgibt Cal. Er ist Gründer eines Hexenzirkels. Bald ist Morgan regelmäßig mit Cal zusammen, entdeckt ihre magischen Kräfte, verliebt sich rettungslos. Doch ihre beste Freundin Bree will Cal für sich. Um jeden Preis. Wer hat Bock? Es gibt noch vier weitere Teile. Scheiße, man. Yeah. Ich bin voll gefixt. Ich will unbedingt wissen, wie es mit Cal und ... Du hattest nicht bei Ich bin eine 16-jährige Hexe. Ja. Das war der Aufhänger, gell? Ja. Das geht allen so wahrscheinlich, die das lesen. Ja, wer herauskriegt, was das ist, kriegt meinen Respekt und mein Beileid gleichermaßen. Viel Spaß. Wer weiß, vielleicht ist das voll gut. Bestimmt. Das ist dann wie bei so Videospielen, wo man nach einer Stunde sagt, das ist richtig kacke und dann gibt es so Leute, die sagen dann, hä, du musst dem Spiel einfach Zeit geben, wenn du das 20 Stunden gespielt hast, dann ist das, dann macht das voll Spaß und so. Das fand ich so geil, als Diabolo 3 rauskam damals und die ganzen Kritiken so, ja, ich hab 100 Stunden gespielt, Scheißspiel. Weißt, welches Spiel ist der Scheiß, in das du 100 Stunden reinsteckst. Aber manches wird halt auch nicht besser, je länger man es macht, aber ist ja egal. Hallo erstmal, ne? Halli, halli. Wir sind wieder zu dritt, Tim gibt sich nochmal die Ehre. Wir sind wieder vereint. Ähm. Äh. Ja. Ja. Kommt da noch was? Nein, ich überlege gerade, wen ich... Ich wollte eigentlich super peinlich singen, aber ich hab's abgebrochen in der Mitte. Okay, und ich hab überlegt, wen ich zuerst frage, wie es ihm geht und was er gemacht hat, weil ich nicht mehr weiß, gut, ist ja nicht fair, Tim war ja letzte Woche nicht, oder beim letzten Mal nicht, ja. Was hast du denn gemacht und wie geht's dir? Nee, so läuft das nicht, ich steck dir die Scheiße, Robin, ja, das war schon immer so. Das ist mein Part, einmal. Na gut. Aber weil Tim beim letzten Mal nicht, ich frage mal an Tim, was er gemacht hat und wie es ihm geht. Ja, ist relativ viel passiert sogar. Ich war, ähm, die Woche vor der Aufnahme, die Woche vor der Aufnahme, ähm, war ich Freitag bei einem Konzert von Waving the Guns, äh, eine Rostocker Rap-Gruppe, die halt ein neues Album rausgebracht haben und Release-Party gemacht haben. Das war sehr, sehr gut, ich kann auch jedem das Album nur ans Herz legen, das heißt, eine Hand bricht die andere, wäre ein bisschen... Bisschen charmant. Ja, und die Tour, ein genialer Name, das ist die, ähm, Handfraktur. Oh Gott. Wartwitz. Hm? Äh, ja. Wow. Das Album ist ziemlich gut. Ich bin geflasht. Kann man machen und am Montag habe ich eine Prüfung geschrieben und danach Fieber bekommen und konnte... Ja, nee, nicht direkt, äh, abends. Und... Was ist das denn für eine Uni? Lag nicht an der Uni, glaube ich. Ähm, und... Das war, weil er so wenig hingeschrieben hat. Ja, ja, da dachte ich mir, ach du Scheiße. Also, das auch, aber, ähm, nee, dann habe ich halt Fieber bekommen und konnte nicht mehr im Podcast dabei sein und, äh, ja, Mittwoch war es halt auch schon wieder weg, tatsächlich. Aha. Aha. Ja, das war echt nur ein Zwei-Tages-Fieber. Und... Äh, ja. Ach so. Dann habe ich noch eine Prüfung geschrieben und dann war ich auf noch einem Konzert. Was eigentlich nur so in deinem Leben, Tim? Ja, Leben auf der Geholspur. Ähm, von... Nur Konzerte und Prüfungen. Ja, so Lebe-Mann halt, ne? Und, ja, von... Lebe-Mann. Lebe-Mann. Zeitgenosse, Zeitgeist, Philosoph, Denker. Von, äh, Chris und Abstrakt. Ähm, das war auch sehr gut, da waren, das war nur ein sehr kleines Konzert, da waren 30, 40 Leute oder so. War sehr entspannt, sehr angenehm. Und, ja, viel mehr ist auch nicht passiert. Reicht ja auch, ne? Ja. Wollte gerade sagen, da hast du aber mehr gemacht als ich in den letzten drei Jahren. Äh, aber hast du eine Prüfung bestanden? Hä? Hast du eine Prüfung bestanden? Weiß ich noch nicht. Ich gehe mal nicht davon aus. Ähm, ja, aber hört euch das Album von Waving the Guns an, wenn ihr ein bisschen Battle-Rap mit politischer, äh, Komponente wollt. Ähm, Rap ist doch diese böse Musikrichtung, wo immer alle so blöde Schimpfwörter sagen. Ja, genau. Meine Mama hat mir das verboten zu hören. Das ist natürlich schade für dich. Du bist Kind. Ich darf nur Speed-Metal hören und sowas. Oh, du Arme. Das ist ja komplett harmlos. Eben. Was hast du denn gemacht, Robin? Äh, nicht so viel. Mit der Frage hat er nicht gerechnet. Ja, die habe ich ihm ja auch noch nie gestellt. Nee, ich war auch überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass ich gefragt werde oder so. Nein. Äh, ey, ich habe hauptsächlich gelernt, um ehrlich zu sein. Und letzte Woche war ich irgendwann in Er ist wieder da, im Theaterstück. Ja, das wurde bei uns auch aufgeführt, tatsächlich. Das war sehr gut, aber es werden wahrscheinlich nicht dieselben Schauspieler gewesen sein. Nee. Weil mein Hitler, hier in Münster, ne, also mein Hitler, wie man spricht, egal. Ja, dein Hitler. Aha, das schneiden wir raus. Unser Münsteraner Hitler, so, der da hier bei uns den Hitler spielt, so, um es politisch korrekt auszudrücken. Mhm. Der, äh, war die Verkörperung für Hitler. Das war wirklich sehr gut. Okay, bei uns wurde Hitler von einer Frau gespielt. Was? Ernsthaft? Mhm. Okay. Was? Mhm. War auch Tim war bestimmt in so einem ... Also, ich finde, alles hat seine Grenze, ne? Ich finde, alles hat seine Grenze. Ich fand's ganz gut. Der Film war besser. Tim war bestimmt in so einem Travestie-Theater. Jetzt, wo du's sagst? Nee. Nee. Hat es, hat es denn eher männlich gespielt wahrscheinlich dann, ne? Ja, also, wie man Hitler halt spielt, ne? War schon dominant. Wie man Hitler halt spielt. Ja. Okay. Vegetarisch, Judenmordend. Ganz genau. Wie er geleibt und gelebt hat. Schön, dass wir nach fünf Minuten bei Hitler sind. Ist ein großes Thema heute übrigens. Ja, stimmt. Das geht ja noch weiter dann. Oh, Mann. Wir können die Folge auch einfach Hitler nennen. Topic of the day. Jawohl, mit Nibbeln auf Thumbnail. Das ist, wow. Und roten Kreisen und Pfeilen. Ja, genau. Ganz, ja. Ob wir das Publikum wollen, ist dann die andere Frage. Egal. Das wird dich schockieren. Das wird dich schockieren. Zehn Fakten, die du noch nicht wusstest. Fakt Nummer fünf habe ich noch nie gehört. Fakt Nummer fünf hat mein Leben verändert. Oh, wie ich sowas hasse, Alter. Ich hasse einfach nur. Nee, aber sonst, also, das Theaterstück war sehr gut. Und dann habe ich die Woche über eigentlich nur gelernt. Und am Samstag haben bei mir in der Siedlung ein paar Gangster versuchte, die Autos aufzubrechen. Und da habe ich die Bullen geholt. Und mir 20 Euro von irgendwelchen alten Leuten verdient, die mir da Geld gegeben haben. Achso, ich dachte, du hast die denn ausgeraubt, während die da geguckt haben. Ja, genau. Hört die von uns aus. Robin ist der Superman Münsters. Ja. Münsteraner Heroes. Wunderbar. Ich habe auch einen Cape und so. Ja. Und was hast du gemacht, Yannick? Ja, genau. Letzte Woche hatte ich Ferien. Ich bin ja noch in dem Genuss. Und am Samstag war ich im Kino. Was hast du denn gesehen? Ich habe mir Hidden Figures angeschaut. Der sollte ganz gut sein. Den fand ich eigentlich auch ganz gut. Da geht es, also für die, die vielleicht ihn nicht kennen oder keinen Trailer gesehen haben oder so, da geht es um drei afroamerikanische Frauen in den 60er Jahren in den USA, die alle gute mathematische oder Ingenieurskenntnisse haben und bei der NASA arbeiten. Und das ist halt relativ interessant, weil die NASA eben damals... Ein sehr chauvinistischer Verein war. Ja, also krasse Männerdomäne, alle weiß natürlich. Und dadurch ergeben sich eben sehr, sehr witzige und teilweise auch skurrile Situationen, wenn da einfach so eine schwarze Frau einkommt und besser rechnen kann als manch anderer da. Und das war ganz cool. Ist ja auch für ein paar Oscars nominiert. Ach, hey, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, also für ziemlich viele sogar. Okay, das finde ich cool. Weil beruht eben auch auf einer wahren Geschichte. Also diese drei Frauen gab es eben wirklich. Die leben, glaube ich, teilweise auch heute noch. Wurden auch von Obama schon geehrt, als er noch Präsident war. Das war eine ganz gute Sache. Das waren noch Zeiten. Good times, good times. Da war noch alles in Ordnung. Ja, aber wer vielleicht so auf... Also sich entweder für amerikanische Geschichte interessiert oder auf Weltraumfilme steht, ohne dass es gleich Science Fiction wird, der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Kann man machen. Ich war auch noch im Kino. Sehr gut. Wo hast du gesehen? La La Land. Ah, okay. Der ist ja auch für richtig viele Oscars, glaube ich, nominiert. Ja, ich glaube sogar für die meisten bisher 14 Oscars. Wie viele Vaginas sind dir gewachsen beim Gucken? Was ist denn... Also nur weil das ein Musical ist, Robin. Was ist denn hier los, Alter? Hast du mal die Rocky Horror Show gesehen? Mit Ryan Gosling und mit Emma Stone. Sorry, die Rocky Horror Picture Shows mit Meatloaf und so. Ja, auch ein Musical. Ja, aber ein gutes. Ja, La La Land ist auch ein super Musical. Du merkst echt, wie viel Liebe einfach in dem Film steckt. In jeder Szene. Kann man machen. Gut, ich war eigentlich auch nur abgeschreckt vom Titel. Mehr Kritik habe ich gar nicht. Ich habe weder irgendwas gesehen, noch einen Trailer. Ich mag einfach nur den Titel nicht. So. Ja, das ist auch okay. Aber es hat ja auch einen Grund, warum der so heißt. Robin beurteilt Bücher immer nach dem Eindruck. Ich glaube, hieß Hollywood nicht. Before Hollywood hieß La La Land. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Kommt doch hier mit seinen Platonsprüchen. Ja, natürlich. Und ihm passt das zum Thema. Ja, gut. Ja. Aber du darfst gerne den Anreiz für das nächste Thema geben, Robin. Das nächste Thema? Ja, genau. Hier unser Vorgeplänkel-Thema. Letzte Woche hatten wir Neuerscheinungen, also beziehungsweise Neuauflagen von Büchern. Da wollte ich noch was. Und den ganzen Scheiß, ja, das habe ich mir schon gedacht, deswegen wollte ich dir auch erst mal das Wort erteilen. Ich habe gedacht, jetzt redet er einfach weiter. Mann, nimmst du mir meine Dinge weg, ey, das ist unglaublich. Das wäre geil gewesen, wenn er einfach sagt, ja, das habe ich mir schon gedacht, aber das ist mir jetzt egal. Ich rede jetzt einfach weiter. Du hattest deine Chance, wenn ich gehabt habe. Nein. Nee. Da wollte ich auch noch was zu sagen, ganz kurz. Weil, was ihr nicht erwähnt habt, was mich gewundert hat, weil du das ja auch hast, Robin, eine Neuauflage, die 100% gelungen ist, meiner Meinung nach, von Walter Mörs, der Käpt'n Blaubeer. Naja, stimmt, das habe ich ganz vergessen, hast recht. Da kam ja nochmal so eine dicke Edition raus, die halt verdammt cool ist, ne? Ja, die ist mega gut, die ist farbig, kostet auch gar nicht so viel, irgendwie 25 Euro, ist ein dicker Klopper und mega gut. Also wer das Originalbuch kennt oder wer auch nicht das Originalbuch kennt, sollte sich das einfach kaufen. Jeder sollte sich das kaufen. Jeder. Genau. Ja. Aber es ist jetzt auch erst neu rausgekommen, ist jetzt noch nicht so alt. Erst vor einem Jahr, glaube ich, oder zwei. Ja, aber lohnt sich trotzdem. Also, das sieht schon, das macht einiges her. So ist es. Gibt dem Ganzen auch nochmal einen ganzen Mehrwert dadurch. Okay. War es das schon zu deinen neuen Editionen? Achso. Ja, ihr habt ja noch hier über Buchcover gesprochen, die mit Filmplakaten verschundet werden quasi, ne? Ja. Ja. Ja, finde ich auch furchtbar. Ja, das geht nicht. Das, ja, wo kommen wir denn da hin? Ist so. Ja, aber wirklich. Aber ich finde, das geht ja schon nicht. Was mir noch eingefallen ist, dass ich, dass ich neuerdings diese ganzen, es gibt neuerdings für die ganzen alten Sachen neu aufgelegt, sowas wie Artemis Foul zum Beispiel oder Wächter der Nacht, die dann halt auch jetzt auf dem Folgencover zum Beispiel drauf, designtechnisch neu aufgelegt werden, die teilweise aber recht, naja, sagen wir mal, missraten sind, ne? Es ist dann halt designtechnisch, du siehst dann halt, dass der Typ, der das gemacht hat, auf jeden Fall irgendwie Design studiert hat, so, aber ob das jetzt immer wirklich das Nonplusultra ist, weiß ich auch nicht unbedingt, weil, also zumindest bei Artemis Foul hat mich die neue Edition extrem gestört, weil die alten hatten ein gezeichnetes Cover, da konnte man sich dann die Figuren ganz gut vorstellen und das Neue war halt einfach nur eine stilisierte Silhouette, die runterfällt in so einen roten Nebel und das war's. Und sowas finde ich halt scheiße, vor allen Dingen für Kinderbücher, sollte das nicht so sein. Habt ihr denn irgendwie Lieblingscover oder so? Oder Cover, die euch im Gedächtnis geblieben sind? Das von Wilde Reise durch die Nacht ist ziemlich cool, also das vom gebundenen Buch, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich überlege noch. Ich überlege noch. Vielleicht fällt mir noch was ein in der Folge. Ich glaube, wir können das noch weitermachen. Okay. Ja, und dann hatten wir uns jetzt als neues Thema überlegt, Pseudonyme. Erstmal zu Anfang der Folge. Die Frage ist ja ganz einfach, so zum Einstieg, wenn ihr jetzt ein Buch schreiben würdet, würdet ihr das unter einem echten Namen auf den Markt bringen oder nicht? Und wenn nein, warum nicht? Ja, ich glaube schon, aber ich finde das, die Entscheidung völlig legitim, ein Pseudonym zu nehmen. Ja, also die Frage ist ja genau das, was Janik ja gerade gesagt hat. Entweder nimmst du es von Anfang an, also du bist von Anfang an ein Pseudonym-Autor und bist eigentlich nie wirklich in der Öffentlichkeit oder du entscheidest dich eigentlich dafür, du bist halt ein realer Autor und dann stehst du auch für deinen Namen für die Bücher ein. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde da, also das ist mir eigentlich relativ egal. Ja, mir ist es auch egal, aber ich frage mich immer, was die Leute dazu bewegt, das zu tun. Stephen King hat das ja auch gemacht. Der hat ja auch seine ersten Bücher als Richard Bachmann geschrieben, die aber später veröffentlicht. Nicht die ersten, die sind, ach so, okay. Ja, die hat er später veröffentlicht, aber das sind die ersten, die er geschrieben hat. Ja. Und das kam dann ja auch relativ schnell raus, glaube ich, dass er Stephen King ist. Aber die sind ja auch wesentlich anders als die, die er davor geschrieben hat. Ja, das stimmt. Das sind, das merkt man richtig, ja, ja. Da weiß man richtig den Unterschied. Da ist dann halt die Frage, ob sie es halt von vorne... Die sind halt wirklich alle gut, ne? Also die sind alle nicht sehr dick, im Gegensatz zu den anderen. Ja. Und die sind ziemlich on point, so. Ich habe Amok von ihm gelesen und das ist halt, also das ist so gut geschrieben. Und da geht es halt... Todesmarsch ist auch mega gut. Ja. Bei Amok geht es halt, ja, darum, dass jemand, das wurde in den 60ern geschrieben, glaube ich, oder Anfang der 70er oder so, wie halt jemand Amok läuft in der Schule. Und der schließt sich in der Klasse ein, tötet die Lehrerin und das Buch hat nur 200 Seiten oder so. Und in dem Buch geht es halt komplett darum, also er diskutiert mit der Klasse, beziehungsweise die Klasse versucht dann ihn irgendwie dazu zu bewegen, ne? Und das Psychologische auch zu arbeiten, was ihn denn dazu bewegt hat und so. Das ist echt hochinteressant. Ja. Klingt wirklich interessant. Todesmarsch ist auch ziemlich gut. Vor allem deswegen, weil man bis zu einem gewissen Punkt des Buches gar nicht weiß, was wirklich passiert. Mhm. Und dann irgendwann dieser Twist kommt, so und man denkt, ach du Scheiße. Okay. Okay. Okay, das haben die bis dahin noch nicht erwähnt. Ja, na gut. Jeder, der das gelesen hat, weiß, was ich meine. Aber glaubt ihr, dass man, also das wird gemacht, damit eine Person unter verschiedenen Namen Bücher verschiedene Stile schreiben kann? Ich glaube, Stephen King war es einfach, glaube ich, um zu gucken, ob er erfolgreich wäre, so wenn er, also wenn er jetzt einfach einen anderen Namen hätte, weißt du, ob die Bücher dann trotzdem erfolgreich wären. Ob die Bücher sich dann halt mittlerweile nur verkaufen, weil Stephen King draufsteht. Ich glaube, deswegen machen das ja viele. Mhm. Aber echt, aber ihr hattet ja auch eine Autorin, die für Science-Fiction-Romane ein eigenes Pseudonym hat. Genau. Und sowas ist ja auch immer ein gern genommenes, oder so eine Abgrenzung findet ja auch immer bei Rap-Band statt, so ab und zu. Also da kenne ich das zumindest, dass, mir fällt da jetzt Morlock Dilemma ein. Der ist halt Rapper und der produziert auch, aber nur für sich selber und nennt sich halt als Produzent Morlocker Plus. Wie das von Clockwork Orange? Ja, genau, in Anlehnung daran. Haha. Und, ähm. Ja, also so eine Abgrenzung finde ich da eigentlich völlig legitim, wenn man das machen will. Ja, ich finde es auch nicht schlimm, aber ich wundere mich. Je nachdem, also ich finde das, ja, also an sich finde ich es eigentlich nicht gut, wenn sie sowas machen, weil, ja, keine Ahnung. Ja, können sie machen, also im Endeffekt können sie natürlich machen, was sie wollen, aber dann so mit solchen Tricks dann versuchen noch zu gucken, ob, ob sie trotzdem erfolgreich werden. Ich meine, es ist doch scheißegal im Endeffekt. Ja, eben, also, also, A, wenn, ist es nicht schlimm, wenn nicht, so, weil der Buchmarkt so übersättigt, da ist es kein Wunder, wenn der ein oder andere eben nicht groß rauskommt. Ja, oder irgendwie untergeht halt, ne? Ja, oder das. Beziehungsweise halt einfach nicht gesehen wird. Und B, liegt halt, äh, Schönheit oder, also, nicht Schönheit in dem Fall, aber ob es Gutes oder Schlechtes immer im Auge des Betrachters so. Und wenn nicht, ja, dann halt facke, dann ist es halt kacke. Ja, und ich denke, äh, die meisten Autoren, die, ähm, nur unter Zeugonym schreiben, machen das natürlich, äh, damit sie halt anonym bleiben, ne? Ja, gut, das ist so ein legitimer Grund, ja. Da gibt's dann ja so Leute wie Walter Mörs zum Beispiel, wo man ja gar nicht weiß, wer der ist. Das könnte, könnte auch ein Autorenkollektiv sein, aber der hat ja auch diese Adolf-Romane veröffentlicht. Ja, hat er auch, ja. Das kann eigentlich kein anderer sein, oder? Also, das muss man ja auch schon gar nicht sagen. Aber wenn du jetzt wirklich, nehmen wir mal an, du wirst jetzt berühmt als Auto oder so, ob du dich dann wirklich gar nicht mehr halten könntest für Hype. So, weißt du? Oder? Ja, ist halt die Frage, wie lange das dann wirklich geheim bleiben kann, ne? Ja. So ist es. Na gut. Na gut. Haben wir darüber auch mal gesprochen. So ist es. So, wer darf denn anfangen? Tim darf anfangen, oder? Ich fange an, genau. Und wir haben ja, beziehungsweise eine Idee, um die Zuhörer mehr einzubinden. Ihr könnt uns gerne kurze Kritiken, also Bücherkritiken oder auch Kritiken an uns. Oder einfach Hass. Oder generell Kritiken, ja. Könnt ihr uns schicken bei Twitter oder per E-Mail an papierstaupodcast.gmail.com. Wir lesen die dann vor und ich habe die bezaubernde Telemannfrau darum gebeten, mal eine zu verfassen. Und weil das thematisch nämlich ganz gut passt, lese ich die jetzt einfach mal vor. Draußen vor der Tür von Wolfgang Barchert ist eines der bedeutendsten Werke der Trümmelliteratur nach dem Zweiten Weltkrieg. Barchert hat das Stück innerhalb weniger Tage geschrieben und starb mit 26 Jahren, einen Tag, bevor es uraufgeführt wurde. Blöd. Ja, Pech, ne? In dem Werk geht es um Beckmann, einen jungen Kriegsheimkehrer, der zurück nach Deutschland kommt. Bei dem Versuch, sich zu integrieren, wird er von einer Tür zur nächsten, ohne dass ihn der Krieg dabei verlässt. Es ist wirklich sehr unglaublich, allein weil es schon wahr ist, war und passiert ist. Ich habe es schon mehrmals gelesen und empfehle es unbedingt weiter. Genau wie Wolfgang Barcherts Kurzgeschichten. Kurzgeschichten, Punkt. In der Ausgabe des Rohwohl-Taschenbuch-Verlags befindet sich eine gute Auswahl. Zweiter Weltkrieg passt thematisch ganz gut zu meinem Buch. Und zwar habe ich auch ein Theaterstück und zwar die Ermittlung von Peter Weiß. Ja, Peter Weiß war halt Schriftsteller, hat auch Romane geschrieben, war ein Maler und experimenteller Filmemacher. Und hat dieses, beziehungsweise dieses Stück ist 1965 uraufgeführt worden und es thematisiert die Auschwitz-Prozesse, die in Frankfurt von 1963 bis 1965 gehalten wurden. Die Prozesse hatten tatsächlich 183 Verhandlungstage und Peter Weiß war Besucher in einigen von denen und hat das halt protokolliert. Und zu den Tagen, in denen er nicht kommen konnte, hat er die Protokolle von Bernhard Neumann genommen, der für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben hat und das Ganze auch später als Buch veröffentlicht hat. Und ja, das Ganze ist etwas eingedampft worden. Also es waren ja über 90 Zeugen, glaube ich, und noch mehr Angeklagte. In dem Buch gibt es 18 Angeklagte und 9 Zeugen. Okay. Zwei von den Angeklagten sind auch Zeugen und ja, das Ganze wurde, das ist die, glaube ich, bis dato größte Ring-Uraufführung, die es jemals gab. Und zwar wurde das am 19. Oktober 1965 gleichzeitig in 15 Städten in Deutschland aufgeführt. Okay. Sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland. Also schon mal ein recht guter Erfolg oder was? Ja, zum... In welchem Jahr war das, die Aufführung? 65. 65, okay. Das war noch vor der Urteils... Also die... Ich glaube, das Buch oder das Stück wurde schon vor der Anklageverlesung veröffentlicht. Ach krass. Ja. Und das ist Dokumentationstheater. Also ja, wie es der Name halt schon sagt, es soll einfach die Wahrheit so widerspiegeln. Und ja, das Ganze ist in Elfgesängen. Es trägt auch den Untertitel Ein Oratorium in Elfgesängen. Und es sind nicht wirklich Gesänge. Es ist in Versform geschrieben, die aber keiner bestimmter Metrik folgen oder so. Das ist einfach... Im Prinzip ist das ein Poser-Text, ein Fließtext, der halt in Versform geschrieben wurde und ohne Punkt und Komma oder sonstige Interpunktionen halt funktioniert. Und das Ganze ist sehr nüchtern geschrieben und halt ohne große Emotionen. Und das macht es echt so beängstigend zu lesen, weil... Ja, es sind halt wirklich die Taten, die Elf Kapitel quasi sind oder spiegeln den Weg des KZs wieder. Also es fängt dann mit der Rampe an, mit der Ankunft und endet... In der Kammer. Ja, genau. Also bis dahin werden dann alle Stationen durchgegangen. Und auch die... Also ja, da ist im Prinzip das große ganze Leid, was da geschehen ist, wird da dokumentiert. Okay, krass. Ja, es ist wirklich krass zu lesen, weil die Zeugen das halt im Prinzip einfach so runtersagen. Und das sieht sich halt auch sehr merkwürdig eben durch diese besondere Schreibform. Und die Verteidigung und die Ankläger reden sich natürlich raus. Ja, die sagen, die wissen gar nichts und so. Ja, man kennt ja die Nürnberger Prozesse. Genau. Sie haben von nichts gewusst oder sie waren nie selber da oder... Nein, das war auch gar nicht die Intention und so. Genau, und versuchen sich halt immer rauszureden und das ist halt echt krass, weil das Stück wurde kritisiert, teilweise weil es halt eine Ästhetisierung dieses Bösen darstellen soll und das finde ich überhaupt nicht. Das ist das genaue Gegenteil von der Ästhetisierung. Du liest das und du fühlst so einen Ekel und du fragst dich echt, wie sowas überhaupt passieren konnte. Und dass diese Pisser da dann auch sitzen und dann auch noch eiskalt die in die Fresse lügen, wo jeder genau weiß, was sie gemacht haben. Ja, und teilweise lachen und so. Also das Stück hat auch keine Regieanweisung, außer die Ankläger lachen oder die Ankläger nicken zustimmt oder so. Das sind dann halt immer die einzigen Regieanweisungen und ja, das ist echt unglaublich zu lesen. Also es ist jetzt keine gute Laune Literatur oder so. Aber ich finde, man sollte das auf jeden Fall gelesen haben. Also ich habe das für die Uni gelesen dieses Semester und das, also ich muss ehrlich sagen, das ist… Hat dich geflasht oder was? Ja, was heißt geflasht? Also ich, also das wird ja auch ganz oft daraus zitiert aus an den Tag, an die Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus und ja, das ist halt echt ein Buch, was einen verändert. Ja, das glaube ich, das kann ich mir auch denken. Das ist jetzt auch nichts, was man am Stück liest oder so, weil, also du hast echt, wenn du einen Gesang gelesen hast, dann bist du echt schon, musst du erst mal durchatmen so, weil halt echt alles ja wirklich schonungslos beschrieben wird, so wie es halt war. Und es gibt auch ein paar interessante Aufführungen, die damals, also 1965 halt waren, also ein paar, die herausstachen, in der Freien Bühne in West-Berlin, ja West-Berlin ist das glaube ich, wurde beispielsweise die Anklagebank, das war eine Verlängerung an das Publikum. Ja. Also die war direkt an das Publikum angeknüpft. Ach okay, cool. Also, ne, was halt echt so hart ist und echt gerade in Zeiten, in denen Björn Höcke sich irgendwie darüber beschwert, dass es die Gedenkkultur nicht mehr geben soll. Die Kommission, Freunde. Das übrigens, ne, finde ich übrigens sehr lustig, weil jemand, der eigentlich klar in einer Partei ist, die ganz klar für diese Werte einsteht, die ja genau gerade bei diesem Vortrag halt einfach vorgebracht hat und dann sich die anderen wieder darüber beschweren, so, oh, der hat was gemacht, was irgendwie nicht zu unserer, doch, genau, das ist doch die Partei. Ja, genau. Genau, das ist die Partei. Das sind rechte Wichser, so. Nichts anderes. Und die stehen dann da und sagen solche Sachen wie, äh, das ist ein Schandmal. Ja, genau, das passt doch zu denen. Und ich weiß nicht, wieso dann so ein Ding da drum gemacht wird, weil das ist doch ganz klar, oder? Ja, aber wirklich, echt in Zeiten, in denen so jemand eine öffentliche Rede hält und sich über das Holocaust-Denkmal beschwert in Berlin. Das ist, weil, und, äh. Unglaublich. Und, ähm, die es unterbinden will, dass Schulklassen in KZs fahren. Das ist, also, das geht einfach nicht. So, das… Dann müsste mal, müsste mal zu mir kommen, gehen wir mal zusammen zur Gegendemo. Ne, ich war am, ich war am Samstag hier in Münster auf der Demo. Was zur Demo? Ja, die haben… Achso, ja, das habe ich Petri hier bei mir. Weil, äh, heute irgendwie Petri oder so sollte nicht in das Dings kommen, ne? Ja, doch, also das war klar, dass sie reinkommen dürfen, also das Rathaus hat natürlich auch selber… Ja, klar, aber der Weg wurde versperrt, ne? Nö, auch nicht, also die Polizei hat ja eine Schneise gemacht, so, wir haben, das waren halt 8000 Leute, die da richtig Krach gemacht haben, ne, die mussten, die haben ihren Empfang relativ früh wieder abgebrochen. Das war ein voller Erfolg. Ich habe das nur… Ich habe das bei Facebook gesehen, das hat, äh, A zu dem SK, der Rapper, ähm, auch geteilt. Ja. Ja. Da waren die Donuts. In eurem Bundesland sitzt der gute Bernd ja auch nicht im Landtag, Freunde. Ja, aber dafür hat die AfD in meinem Bundesland über 20 Prozent. Ja, gut, dann, 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 dann ist beides gleich schlimm wahrscheinlich. Ja, das ist echt so. Wir haben ihn und ihr habt mehr. Naja. Ja. Ich habe keinen davon. Ha. Noch nicht. Ne, nix noch nicht. Das wird hier nicht passieren. Ja, also, ähm, das war's im Grunde genommen auch schon, was ich zu dem Buch sagen wollte. Das ist halt, man sollte es lesen und, ich weiß nicht, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das ist wahrscheinlich echt eines der wichtigsten oder das wichtigste deutsche Als du das gelesen hast, hast du gedacht, vielleicht solltest du das mal der AfD schicken, so. Gut gemeint dahin, weil du lest das mal. Das würde wahrscheinlich, äh, ja, genau. Ja, es ist wahrscheinlich, also in meiner Wahrnehmung vielleicht sogar das wichtigste Werk des 20. Jahrhunderts in Deutschland, weil, also wenn du das liest, kannst du dem einfach nicht zustimmen, was die AfD sagt. Ähm. Ja, also ich weiß auch, was du meinst. Es ist einfach diese, diese kalte und Reuelosigkeit auch einfach, die, die gegenüber dieser Zahl an Menschenopfern zeigen, die einfach auch unmenschlich ist, die eigentlich nie, niemand auf seinem Rücken tragen dürfte. Ja, und das ist, es ist echt, wenn du auch die Zahlen liest, man kann sich nicht vorstellen, was, äh, was, also wie viele da wirklich getötet wurden, so an Tag für Tag, so, es geht gar nicht, die haben eine fucking Fabrik gebaut, im Prinzip, äh, eine Tötungsfabrik. Also wenn sie sie rausgezogen aus dem Gerichtssaal und am Baum aufgeknüpft hätten, direkt, das wäre noch zu nett gewesen. Ja, also, ähm. Vielleicht an ihren Eiern, das wäre vielleicht noch okay gewesen, aber da lässt sich drüber streiten. Ja, ähm, also man sollte es auf jeden Fall lesen. Ähm, hat 200 Seiten in dem kleinen Format und, äh, ja. Lies sie flüssig, meinst du? Ja, was heißt flüssig? Also, es hat ja eben diese besondere Versform, ähm. Aber ja, man, also man sollte es in jedem Fall lesen. Okay, sehr gut. So, dann ist auch schon der Yannick dran, mit dem nächsten Happy-Buch. Oh ja, wir springen ja von, von einer Gute-Laune-Fraktion zur nächsten. Das ist wirklich, man, man, man. Ich glaube, wir sollten das Cover schwarz-weiß machen. Können wir auch. Ähm, ich habe gelesen, beziehungsweise mal wieder gehört, wie sehr oft in letzter Zeit, also ich habe es als Hörspiel gehört, äh, Die Asche meiner Mutter, beziehungsweise im Originaltitel, im englischen Titel Angelas Ashes, ähm, geschrieben von Frank McCurt. Frank McCurt, ähm, lebte von 1930 bis 2009, also ein paar Jahre schon tot. Ja. Ähm, und das ist erstmals erschienen 1996, also als er quasi schon 66 war. Okay. Hat er das rausgebracht. Und das ganze Ding ist quasi eine autobiografische Erzählung von seiner Kindheit und seiner Jugend. Ja. Also Frank McCurt erzählt da quasi einfach nur, was er erlebt hat und wie sein Leben in der damaligen Zeit so war. Ja. Und zwar wurde er, wie gerade eben gesagt, 1930 geboren, allerdings in New York City, also in Brooklyn. Ähm, seine Eltern wollten aber, dass sie alle zusammen, äh, aufgrund von wirtschaftlicher Depression und so weiter, dass sie eben auswandern. Ja. Und zwar zurück in die ursprüngliche Heimat des, des Vaters oder der Vorfahren und zwar nach Irland. Das haben sie dann auch gemacht. Das heißt, Frank mit seinen Eltern. Dann hatte er noch einen, einen Bruder und noch zwei Zwillingsbrüder und noch eine Schwester. Also sie waren quasi eins, zwei, vier, fünf Kinder und die zwei Eltern. Die, das Mädchen stirbt dann relativ schnell, nachdem sie umgezogen sind, genauso wie die beiden, ähm, Zwillinge, die Zwillingsbrüder. Und sie haben es auch nicht so einfach, am Anfang da in Irland Fuß zu fassen. Also sie ziehen erst ein Stück weit raus aufs Land, zu Bekannten. Ähm, die sagen ihnen aber gleich, dass sie da nicht lange bleiben können und dass sie da außerdem auch keine Arbeit finden, so schnell. Äh, sodass sie quasi weiter in die Stadt ziehen. Und sie ziehen dann nach Limerick. Ja. Und wie gerade eben geschildert, das Leben von Frank ist quasi durch, naja, sagen wir mal, sehr markante Einschnitte immer geprägt. Also man hat, ähm, oftmals den Tod von seinen Geschwistern. Also irgendwann hat er da nur noch einen Bruder. Später kommt da noch einer hinzu, aber das ist erst, als er schon ein bisschen älter ist. Ähm, ein weiterer prägender Faktor für ihn ist sein Vater, weil sein Vater massiv alkoholabhängig ist und keinen Job länger als zwei Wochen hat. So in etwa. Alter, da klingt ja ein geilen Knüpfkurs noch. Ja, ja. Freude und fröhlicher gegen. Und damit bringt der Vater die Familie natürlich auch immer wieder in Schwierigkeiten und Engpässe. Also du hast auch in dem Hörbuch, erlebst du gefühlt dutzende Wohnortswechsel innerhalb der Stadt, so. Und ja, der Vater macht es halt auch nicht beliebt. Also auch als Hörer. Also so ging es mir zumindest. Ja. Weil er eben auch teilweise Dialoge wiedergibt, so wie er sie in Erinnerung hat. Und die Mutter ist eben so ein bisschen alleingelassen, darf sich da um die ganzen Kinder kümmern und er versäuft sein Geld, sein Stempelgeld, bringt er einfach an die Bar und kommt dann stockbesorfen wieder, nur um Stress zu machen und so. Und das heißt, um es halt kurz zusammenzufassen, ist die Perspektive für Frank und seine Geschwister alles in allem eben sehr, sehr schlecht. Ja, eher trostlos. Genau. Wie man sich eben Irland in den 1930er oder 40er Jahren so vorstellt. Genau. So, das ist also quasi der grobe Handlungsrahmen und ich sage jetzt mal, wir bewegen uns in dem Buch oder in dem Hörspiel von Frank seiner Geburt bis er 15, 16 ungefähr ist. Also seine Kindheit und Jugend. Genau, kann man schon so zusammenfassen. Irgendwann geht der Vater dann auch noch England, um im Zweiten Weltkrieg mitzukämpfen, was aber die Situation nicht viel besser macht, weil er keinmal schreibt und auch überhaupt kein Geld sendet von dem, was er da verdient. Also es ist eben alles nicht so einfach. Und mehr kann man eigentlich auch zum groben Handlungsrahmen nicht sagen, weil das, was er dann erzählt, das sind eben alles so viele Kleinigkeiten, wie das Leben einfach so spielt. Also darum geht das Buch auch eigentlich, um diese... Ja genau, also es ist quasi eine reine Erzählweise, wie er die Dinge damals gesehen hat und wie er sie erlebt hat und was er damals so gemacht hat. Wie er zur Schule geht, wie er versucht nebenbei für die Familie Geld zu verdienen. Also so Kleinigkeiten des Alltags sozusagen. Ja genau, wie er dann nach der Schule versucht, sich einen Job zu suchen und so weiter. Ja, okay. Und normalerweise sagen wir oder ich ja irgendwas Positives oder Negatives, aber ich finde, das kann man bei Autografien nicht machen. Nee, nicht so wirklich. Also bei Autografien kannst du ja, du kannst ja nicht über das Leben anderer Leute urteilen, was sie niedergeschrieben haben. Nö, du kannst theoretisch aber über den Sprachstil und so urteilen. Ja genau, also du kannst die Besonderheiten hervorheben quasi. Und ob die Geschichte spannend war oder nicht, ne? Genau. Ja gut, aber ich kann ja nicht darüber urteilen, ob er sein Leben, ob ich sein Leben spannend finde. Klar kannst du darüber urteilen. Natürlich. Du hast doch das Buch gelesen. Du willst doch Geld dafür haben. Ja natürlich, aber es kann doch sein, dass er sein Leben, wenn er es selbst durchmacht, als ganz anders empfindet. Ja, kann ja sein, aber du hast doch ein Recht auf dein... Also dafür, darum geht es doch hier. Es ist ja am Ende des Tages auch nur ein Buch. Genau. Und nur weil das seine Erinnerungen sind, ist das ja scheißegal. Aber kann ich ja noch machen. Also ich kann ja noch sagen, ob ich sein Leben spannend finde. Ich kann ich ja noch machen. Kein Druck. Aber man kann ja eher auf... Ja, lass dir Zeit. Und was auf jeden Fall sehr besonders ist, ist, man muss sich eben vorstellen, obwohl er damals, als er das geschrieben hat, eben schon relativ alt war, erzählt er quasi die Geschichte oder die Geschichten, die er damals erlebt hat. Und nichtsdestotrotz in einem sehr kindlichen Erzählstil. Ja. Also obwohl er damals schon 66 Jahre alt war, erzählt er es trotzdem, wie er als würde es ein Kind seines Alters quasi erzählen. Okay. Versucht er es sozusagen nachzuempfinden oder was dadurch? Also ich finde, er versucht es nicht nur, sondern er trifft es auch sehr, sehr gut. Ja, okay. Also so von der Wortwahl und wie er sich da so ausdrückt manchmal, fand ich es sehr, sehr gelungen. Sehr positiv. Also das ist eben widersprüchlich, aber auch sehr interessant, weil er eben die dramatischen Dinge, die eben Einschnitte in sein Leben waren, das heißt die Tode von seinen Geschwistern, die Probleme, die er zu Hause hat, dass sie immer Mühe haben, ein Dach über den Kopf zu haben und das auch zu halten, dass sein Vater der reinste Säufer ist, sich um nichts irgendwie schert, schafft er trotzdem aus kindlicher Sicht irgendwie rüberzubringen und das sehr humorvoll, sehr direkt, wie Kinder eben sind. Ja. Was quasi aus diesem trüben Bild, was du von dieser Autobiografie hast oder was du hast, wenn du zum Beispiel den Klappentext oder so liest, was das Ganze quasi so ein bisschen zur Tragikomödie werden lässt, weil du merkst, was da eigentlich für Scheiße passiert bei ihm, aber er trotzdem sagt, naja, dann ist das nun mal so. So schlimm war es nicht oder was? Ja, genau. Oder es gibt auch so eine Phase, da sagt er einfach, ja, ist mir egal. So, dann, was kann ich ändern? Ist mir egal. Ja, okay. Nehmen wir jetzt so hin. Nimm da so, wie es ist. Genau. Und das macht das Ganze eben so ein bisschen zur Tragikomödie und macht auch phasenweise so skurril, wie es klingt, sehr viel Spaß zu hören, mir das alles so schildert quasi. Ja. Des Weiteren bekommt man eben einen spannenden Einblick, wenn man sich jetzt nicht tagtäglich damit beschäftigt, wie überhaupt das Leben in den 30ern und 40ern aussah. Das kann man sich vielleicht nur halbwegs vorstellen, aber dann eben mitten in Irland, in einer relativ kleinen Stadt, ist eben auch nochmal ein interessanter Aspekt. Also wie so die Beziehungen, was sie für Beziehungen in der Stadt pflegen und wie die laufen und wie die sich ergeben und wie die sich entwickeln. Zusammenleben damit und so. Ja. Also alles, was da drumherum gehört, wird da besprochen oder was. Genau, so in etwa. Ja, ist doch nicht schlecht. Aber du hast gesagt, es ist recht kurz, das Hörbuch, ne? Genau. Sage ich gleich noch. Achso, schön. Ähm, naja, wir haben außerdem, die habe ich aber nicht gesehen, also es gibt eine Verfilmung von 1999, also drei Jahre nach der Bucherscheinung ist auch ein Film dazu gemacht worden, den habe ich aber nicht gesehen. Ähm, außerdem ist das ganze Ding. Ist das ja auch so wie das Buch? Ich glaube mal ja. Ja, okay. Also ich kann mir nicht vorstellen, was du da groß anders machen willst. Ist auch, ja, ja, muss man ja nicht sehen, aber wenn du das, kann man sich ja dann mal angucken im Notfall. Genau. Also die Geschichte hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Genau, außerdem hat das ganze Ding den Pulitzer-Preis bekommen 1997 und was ich noch ganz interessant fand, was ich mir auch die ganze Zeit gefragt habe, wie sich eben der Titel ergeben hat. Ja. Ja. Das Buch heißt Die Asche meiner Mutter, aber Fakt ist. Es ist ja nur von bis 15 oder so. Das, das spoiler ich jetzt mal, also als das ganze Ding endet, da lebt die Mutter noch. Ja. Ist nun mal so, ne? Ich habe dann überlegt und ich habe für mich die Schlussfolgerung gezogen. dass vielleicht die, der Titel daherkommt, dass seine Mutter im Laufe der Zeit immer mehr ausbrennt, quasi. Also innerlich, seelisch, wie auch immer man das sagen möchte. Ja, also dass sie versucht, den Laden da irgendwie am Laufen zu halten. Und am Ende des Dingens dann so ein bisschen abgebrannt ist, oder wie? Ja, genau. So habe ich mir quasi den Titel dann irgendwann erklärt. Ja, nicht schlecht. Und dann war ich so, ja, okay. Und dann habe ich aber, habe ich meine Notizen dazu so geschrieben und habe mal kurz ein bisschen gegoogelt und dann habe ich gesehen, dass es noch zwei Nachfolger gibt. Also es gibt noch zwei Bücher, die er auch geschrieben hat. Ja. Wo auch relativ früh klar wird, dass seine Mutter irgendwann im zweiten Buch erst verstirbt, dann als er schon älter ist. Ja. Quasi. Und sich da wirklich auch in manchen Foren oder so oder manche Literaturkritiker fragen, warum dann dieses Buch schon so heißt. Das war, ist ein ganz interessanter Aspekt. Quasi. Und das, das ist nicht das Interessanteste, aber das fand ich am witzigsten irgendwie von dem ganzen Ding, ist, dass nachdem das Buch erschienen ist, einige Leute, also jetzt nicht im Nachfolger, sondern wirklich jetzt hier im echten Leben quasi, aus Limerick sich darüber beschwert haben, wie unzutreffend er doch die damalige Situation, die Leute und das generelle Zusammenleben beschrieben hat. Also da gab es dann wirklich Leute aus Limerick, die haben dann geschrieben, ja, das ist ja eine Frechheit, wie sie hier unsere Stadt darstellen und das war damals alles gar nicht so schlimm und wir waren noch eine super Truppe und so. Das fand ich, fand ich sehr interessant, dass sich Leute da wirklich drüber so erbost haben quasi, wie er damals die Dinge gesehen hat. Ich weiß allerdings nicht, ob er den irgendwie geantwortet hat, also ob er da in irgendeinem Interview oder so mal drauf eingegangen ist, das wäre vielleicht noch ganz interessant zu wissen, aber das weiß ich nicht. Ist aber auf jeden Fall in der Zusammenfassung, fand ich sehr interessant und fand auch, weil wir es ja gerade eben davon hatten, ich fand sein Leben schon interessant, eben weil er einfach mit schwierigen Umständen zu kämpfen hat und das trotzdem irgendwie meistert. Und nichtsdestotrotz muss man aber, glaube ich, dazu sagen, dass ich nicht tauschen wollen würde, was ja, glaube ich, recht nachvollziehbar ist. Ja, klar, kann man sich denken, auf jeden Fall. Aber wer sich eben für, vielleicht für Autobiografien interessiert oder für, keine Ahnung, das 20. Jahrhundert, insbesondere in Irland oder so oder generell, dass man schon was gehört hat von dem Buch, genau, der kann sich das auf jeden Fall mal anhören oder durchlesen. Genau. Das Hörspiel geht zwei Stunden. Das Buch wird dann dementsprechend wahrscheinlich auch nicht wirklich lang sein. Und ich muss dazu sagen, Hörspiel in dem Fall wirklich wahrscheinlich die bessere Wahl als Hörbuch, weil das Hörspiel eben schön gemacht ist, schön, also von der Musik und von den Hintergrundgeräuschen, das ist sehr gut umgesetzt. Okay. Also, kann man machen. Genau. Und das Taschenbuch kostet zehn Euro, wer es lieber lesen möchte. Alles klar. Es hat 500 Seiten. Ernsthaft? 539, sagt Amazon. Ja, krass. Okay. Ja. Ich bin auch, also ich überlege, ich muss mal nachschauen, ob es die anderen auch als Hörspiel oder so gibt, dann mache ich die vielleicht in der nächsten Folge beide zusammen, die beiden Nachfolger, muss ich mal schauen. Ja, kannst du mal machen, wenn es die gibt. Habt ihr eigentlich viele Autobiografien gelesen? Nee, gar nicht. Nein. Ich habe mal die von Bear Grylls angefangen und fand sie kacke. Geil. Der labert ja auch eine Scheiße. Das ist ja, kann das ja, der kann das ja nur theoretisch, das ist ja nicht wirklich. Ich wollte immer mal die von Steve Jobs lesen, habe ich aber nie gemacht. Glaubt sich bestimmt auch nicht. So. Dann darf ich jetzt. Oder was? Ja. Ja, leg los. Mein Buch ist Wächter der Nacht und ist ein recht bekanntes Buch, glaube ich. Also jeder, der schon mal so irgendwie in einer Fantasy-Ding jetzt vorbeigegangen ist, hat bestimmt einer dieser Wächter-Romane gesehen. Bin ich raus. Was? Bei Fantasy bin ich immer raus. Ach so. Ja. Ist eine Romanreihe und es gibt insgesamt fünf Bände. Ich glaube mittlerweile, oder ich weiß gar nicht, oder es gibt dann, nee, fünf Bände und dann gibt es nochmal die neuen Abenteuer. Das ist irgendwie getrennt worden. Die Bücher sind vom russischen Autor Segei Lukianenko. Gesundheit. Schnell den Witz machen, bevor er ihn irgendein anderer macht. Genau. Von dem stehen auch übrigens bei Metro hinten Zitate drauf. Also, dass er das Buch gut fand. Okay, gut. Wir brechen die Folge an der Stelle ab. Also, soweit gehe ich nicht. Bei 33 stand das auf jeden Fall. 33. Ja gut, da können wir da mitgehen. Da kann ich ein Auge zudrücken. Ja, genau. Und in diesen Wächterromanen geht es eigentlich um den Kampf zwischen den Kräften des Lichts und des Dunkels. Also, es gibt seit Anbeginn der Zeit ungefähr Licht und Dunkel. Also, man kann sich das so ein bisschen wie Himmel und Hölle vorstellen, die dauerhaft gegeneinander kämpfen und sich dauerhaft bekriegen. Und diese Kämpfer des Lichts und des Dunkels, das sind andere Leute mit verschiedenen Fähigkeiten, zum Beispiel Tiermenschen, die sich dann in Tiger verwandeln können oder Löwen oder Vögel oder andere Geschichten, Magier, Vampire, Gestaltwandler. Alles mit übernatürlichen Fähigkeiten ist dann ein anderer. Und die entscheiden sich dann jeweils für eine Seite, entweder für das Licht oder für das Dunkle und müssen dann ihre Lebensweise jeweils halt auch anpassen. Die Dunklen sind eher so sehr egoistisch, auf sich selbst bezogen. Das heißt, sie sind da mehr so, was ihnen selber, sie sind sich selbst am Nächsten, so wie ich es eigentlich schon gesagt habe, ja. Da herrscht der Egoismus und die Lichten sind immer dazu angehalten, dem Nächsten zu helfen. Also, wie das die meisten Religionen ungefähr auch predigen, die Guten so. Dass man erstmal den anderen helfen soll und auch diese Flugzeugbroschüren, die sagen erstmal den Kindern die Dinge jetzt aufsetzen, so nach dem Motto. Okay. eigentlich nur noch dauerhaft in der Mitte gehalten wird. Das heißt, die machen dann halt, wenn der eine irgendwas macht, darf der andere im Gegenzug wieder irgendwas machen und so weiter. Und die überwachen sich dann halt gegenseitig. Da gibt es dann die Sargwache. Das sind dann die Dunklen, die die Lichten überwachen. Also, die Wache der Dunklen sozusagen. Und dann gibt es die Nachtwache. Das ist die Wache der Lichten. Das ist ein bisschen kompliziert am Anfang. Also, quasi genau umgekehrt. Genau, umgekehrt. Genau, weil die Lichten ja auf die Nachtgestalten aufpassen sollen. Deswegen Nachtwache. Ja, die Nachtwache stehen dann an der Mauer und warten darauf, dass die weißen Wanderer nicht rein dürfen, ne? Genau. Du bist jetzt bei Game of Thrones, oder? Ich weiß. Ich kenne das nicht. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber den Witz habe ich erkannt. Naja. Und, äh. Oktobernausen. Wächter der Nacht fängt halt, äh, dreht sich um den Nachtwache-Ermittler Anton Gorodetsky und spielt auch in heutiger Zeit. Ich weiß nicht, 2013 oder 2010 oder so. Ist auch nicht, ist auch nicht so unbedingt wichtig. Also, vor Trump. Ja, vor Trump auf jeden Fall. Und, äh, es geht um den Nachtwache-Ermittler Anton Gorodetsky, der, es ist ja eigentlich insgesamt geht es immer um den Anton Gorodetsky und das sind, das Buch ist so in drei, drei Kapitel aufgeteilt. Das sind drei Geschichten, die jeweils so eine kleine, so eine kleine Krimi-Geschichte innerhalb dieser Nachtwache-Tagwache-Konstellation bilden. Also, eigentlich recht interessant. Also, eigentlich ein Krimi mit fantastischen Elementen. Ist an sich auch ziemlich gut geschrieben, weil der Anton Gorodetsky, ist es aus der Ich-Perspektive geschrieben, zwischendurch wechselt das mal, aber eher selten und dann ist es ein auktorialer Erzähler, aber meistens ist es aus der Ich-Perspektive und dann von dem Gorodetsky verfasst. Und der jagt am Anfang, der ist halt ganz ein normaler Ermittler und ist auch noch nicht so lange anderer, also die, die merken das auch unterschiedlich, das heißt, die wissen das nicht direkt so, ne? Dann gibt's halt, ähm, zum Beispiel das Zwielicht noch, das ist noch eine relativ wichtige Sache, das Zwielicht ist, naja, das Unterlicht der Welt, wenn man's genau nimmt, so, alles, was so im Schatten liegt, das ist das Zwielicht, so, da können die eintreten, wenn sie ihren eigenen, die können ihren Schatten aufheben und irgendwie durch den Schatten hindurchlaufen und dann sind sie in diesem Zwielicht drin, ne? Und da sind überall Fliegen auch, aber die ganze Welt verändert sich insgesamt. Also Werbung zum Beispiel erzählen die nicht mehr das, was sie präsentieren, sondern das, was wirklich drin ist, zum Beispiel. Ne? Dass sie dir im Notfall nur Pisse verkaufen oder, ne? In der Zeitung stehen nicht... Was für eine verrückte Welt. Ja. So. Und es gibt mehrere Ebenen dieses Zwielichts. Und je tiefer man geht, desto weiter kann man halt irgendwo eindringen. Also man kann zum Beispiel dann auch durch Türen gehen, einfach, die verschlossen sind in der normalen Welt, kann man im Zwielicht durchgehen, wenn man sie im Zwielicht nicht verschlossen hat. Sowas funktioniert dann alles. Okay. Und der Anton Gorodetsky sucht halt am Anfang eigentlich einen Vampirpaar und ist in der U-Bahn unterwegs und sucht das Opfer dieses Vampirpaares. Also die, die haben dann so eine bestimmte Art, diese, ihre Opfer auszusuchen. Die machen das mit so einem Ruf. Die infizieren die irgendwie. Also sie rufen sowas wie eine Eule eigentlich und irgendwer reagiert da drauf und kommt dann irgendwie angelaufen und wird dann halt angezogen von diesem Ruf, von diesem Lockruf. Und er soll halt dieses Opfer finden, was dieses Vampirpaar sich unter die Nägel reißen will und trampelt dafür einfach durch die ganzen U-Bahnen Moskaus und so, hält nach diesem Opfer Ausschau. Und während dieser U-Bahn-Fahrt sieht er halt was, was er eigentlich nicht sehen wollte. Er sieht dann jemanden. Höh, höh, höh. Ja, er sieht dann... So wie jedes Kind. Nö, ja, er sieht dann jemanden. So wie jede U-Bahn-Fahrt, meinst du? Ja, es ist halt nicht sein Opfer. Er denkt, er glaubt erst, das wäre sein Opfer, aber er sieht jemanden, die, ja, die einen gewaltigen Strudel über dem Kopf hat. Das heißt, es ist so ein Unglücksstrudel. Der zieht sich dann immer weiter und der zieht das Unglück an. Und Ira ist besonders groß und das ist mein Auszug. Und der kommt jetzt hier erstmal einmal. Sechs Stunden lang fuhr ich mit der Metro, wechselte ohne irgendein Prinzip die Linien, döste immer mal wieder ein, damit sich mein Bewusstsein erholen und meine Sinne frei werden konnten. Alles war ruhig. Nun ja, das eine oder andere Interessante sah ich schon. Aber alle diese Fälle hatten weiter nichts Besonderes an sich. Sie waren etwas für Neulinge. Erst gegen elf, als die Metro sich merklich leerte, änderte sich die Situation. Mit geschlossenen Augen saß ich da und hörte zum dritten Mal an diesem Abend die fünfte Symphonie von Manfredini. Die Minidisc im Player war absolut verrückt. Meine höchstpersönliche Zusammenstellung, bei der sich das italienische Mittelalter und Bach mit den Rockgruppen Alissa und Panic und Richie Blackmore ablösten. Es war immer spannend, welche Melodien mit welchem Ereignis zusammentraf. Heute untermalte Manfredini mein Glück. Etwas presste mich zusammen. Ein Krampf, der von den Zehen bis zur Haarwurzel alles erfasste. Ich zischte sogar unwillkürlich irgendwas, als ich die Augen öffnete und den Blick durch den Waggon schweifen ließ. Sofort entdeckte ich die Frau. Eine junge und sehr sympathische Frau. In einem eleganten Pelz, mit einer Handtasche und einem Buch in der Hand. Und mit einem derart gewaltigen schwarzen Webel über dem Kopf, wie ich ihn seit bestimmt drei Jahren nicht mehr gesehen hatte. Vermutlich guckte ich wie ein Wahnsinniger drein. Was die Frau spürte, den sie sah zu ihr mir herüber, wandte den Blick aber gleich wieder ab. Du solltest lieber nach oben schauen. Nein, sie war natürlich nicht imstande, den Strudel zu sehen. Bestenfalls konnte sie etwas spüren. Eine leichte Unruhe. Und nur ganz vage, nur aus den Augenwinkeln heraus, vermochte sie ein Flirren über ihrem Kopf wahrzunehmen. Als schwirrten Fliegen über ihr. Als flimmerte an einem heißen Tag die Luft über dem Asphalt. Doch sehen konnte sie nichts. Nichts. Sie würde noch ein oder zwei Tage leben, bevor sie auf Glatteis ausrutschte. Und zwar so, dass sie eine tödliche Kopfverletzung davontrug. Oder sie würde unter ein Auto geraten. Oder im Haushaltgang ins Messer eines Verbrechers laufen, der nicht die geringste Ahnung hatte, warum er diese Frau umbrachte. Und alle Welt würde sagen, sie war so jung. Das ganze Leben lag noch vor ihr. Alle haben sie gern gehabt. Ja, ganz bestimmt. Das glaube ich. Zu gut und zu freundlich ist ihr Gesicht. Müdigkeit zeichnet sich in ihm ab, aber keine Verbitterung. Neben einer solchen Frau fühlst du dich nicht so mies, wie du eigentlich bist. Versuch es besser zu sein, auch wenn es dir schwerfällt. Mit solchen Frauen möchte man gerne befreundet sein, ein wenig flirten, Geheimnisse teilen. In solche Frauen verliebt man sich selten, doch lieben tun alle sie. Bis auf den einen, der den dunklen Magier bezahlt hat. Ein schwarzer Strudel ist im Grunde eine völlig alltägliche Erscheinung. Als ich mich umsah, konnte ich noch weitere fünf oder sechs entdecken, die über den Köpfen der Fahrgäste hingen. Doch sie alle wirkten verwischt, trübe und drehten sich kaum. Resultate des absolut durchschnittlichen, unprofessionellen Fluchs. Jemand wirft einem anderen ein, Frecken sollst du, Dreckskerl, hinterher. Ein anderer drückt es schlichter, weniger hart aus. Hol dich doch der Kuckuck. Und von den dunklen Seiten rankt sich ein kleiner Wirbelsturm herüber, der das Glück aus einem herauspresst, der die Kräfte aussaugt. Doch ein gewöhnlicher Fluch, ein dilettantischer und unausgegorener Fluch, hält bloß ein, zwei Stunden, maximal einen Tag. Seine Folgen sind zwar unangenehm, aber auf gar keinen Fall tödlich. Der schwarze Strudel über der Frau war von einem anderen Kaliber. Stabil. Geschaffen von einem erfahrenen Magier. Ohne dass die Frau es wusste, war sie bereits tot. Automatisch fuhr meine Hand zu meiner Tasche. Dann machte ich mir jedoch klar, wo ich war und verzog das Gesicht. Warum funktionieren Handys in der Metro bloß nicht? Fahren ihre Besitzer etwa nicht mit der Untergrundbahn? Nun zerrten an mir sowohl meine eigentliche Aufgabe, die ich erfüllen musste, auch wenn kaum Aufsicht auf Erfolg bestand, wie auch die Sorge um die mit dem Fluch belegte Frau. Mir war unklar, ob für sie nicht jede Hilfe zu spät kam, doch auf alle Fälle musste ich denjenigen finden, hinter dem der Strudel steckte. In dem Moment traf mich ein zweiter Schlag. Diesmal anders. Ohne Krampf, ohne Schmerz. Nur die Kehle trocknete mir aus, mein Zahnfleisch ertorbte, das Blut pulsierte mit den Schläfen. Die Fingerspitzen fingen zu jucken an. Treffer. Aber warum ausgerechnet jetzt? Ich erhob mich. Der Zug bremste bereits vor der nächsten Station ab. Ich ging an der Frau vorbei und spürte ihren Blick. Sie sah mir nach. Ängstlich. Auch wenn sie den schwarzen Wirbel nicht wahrnahm, machte er sie anscheinend nervös, zwang sie die Leute in ihrer Nähe im Auge zu behalten. Vielleicht war sie überhaupt nur deshalb noch am Leben? Möglichst ohne in ihre Richtung zu blicken, steckte ich die Hand in die Tasche. Er tastete das Amulett, einen kalten, aus Ohnix geschnitzten Schab. Eine Sekunde zögerte ich und versuchte mir etwas anderes einfallen zu lassen. Nein, es gab keine andere Möglichkeit. Fest packte ich den Stab. Ein stechendes Kribbeln durchschoss meine Finger, dann wurde der Stein wärmer und gab die gespeicherte Energie ab. Dieser Eindruck stimmte, obwohl diese Wärme nicht mit dem Thermometer zu mästen ist. Es war, als würde ich ein kleines Kohlestück aus einem Lagerfeuer zusammenpressen. Ein Stück Kohle, das mit kalter Asche überzogen war. Im Inneren jedoch glühte. Nachdem ich die Kraft des Amuletts völlig in mich eingezogen hatte, warf ich den Blick auf die Frau. Der schwarze Strudel vibrierte und neigte sich leicht in meine Richtung. So stark wie der Wirbel war, musste er in Ansätzen sogar über eine gewisse Intelligenz verfügen. Ich schlug zu. Wenn im Waggon, doch was heißt im Waggon? Wenn im ganzen Zug nur ein anderer gewesen wäre, hätte er einen grellen Blitz gesehen, der mit gleicher Leichtigkeit durch Metall wie durch Beton schlug. Nie zuvor hatte ich auf einen schwarzen Wirbel von derart komplizierter Struktur eingeschlagen. Und nie zuvor hatte ich das Amulett eingesetzt, wenn es derart aufgeladen war. Die Wirkung übertraf absolut alles. Die Schwäche und Flüche, die über anderen Leuten hingen, lösten sich in nichts auf. Eine ältere Frau, die sich müde die Stirn rieb, blickte verwundert auf ihre Hand. Ihre schwere Migräne war mit einem Mal wie weggeblasen. Ein junger Mann, der stumpfsinnig durch die Steibe starrte, zuckte zusammen. Seine Miene entspannte sich und die dumpfe Schwermut wich auf seinen Blick. Der schwarze Strudel über der Frau schrumpfte um fünf Meter und schlingerte sogar zur Hälfte aus dem Waggon. Seine Struktur verlor sich jedoch nicht und im Zickzack fand er seinen Weg zurück zu seinem Opfer. Was für eine Kraft! Was für eine Zielsicherheit! Das heißt, wobei ich zugeben muss, dass ich so etwas noch nie gesehen habe, ein Wirbel verliere, sobald er auch nur um zwei, drei Meter gekappt wird, die Orientierung und hänge sich an den nächstbesten Menschen an. Auch kein Zuckerschlecken, aber fremde Flüche sind viel schwächer, womit das neue Opfer alle Chancen hat zu überleben. Diese Wirbel jedoch kam hartnäckig zurück wie ein treuer Hund zu seinem in Not geratenen Herrn. Die Müttero hielt. Ich betrachtete ein letztes Mal den Wirbel, der jetzt wieder bei der Frau hing und sich sogar noch schneller drehte. Und es gab nichts, absolut nichts, was ich hätte tun können. Irgendwie hier auf diesem Bahnsteig in greifbarer Nähe befand sich das Ziel, dass ich eine Woche lang in ganz Moskau gesucht hatte. Es jetzt laufen zu lassen, um der Frau zu folgen, das konnte ich einfach nicht. Der Chef würde mich in der Luft zerreißen, möglicherweise nicht nur im übertragenen Sinne. Als die Türen mit einem Zischen auseinandergingen, warf ich einen allerletzten Blick auf die Frau und prägte ihm rasch ihre Aura ein. Die Chancen, sie in dieser Riesenstadt wiederzufinden, stand nicht gerade günstig. Trotzdem musste ich es versuchen. Aber nicht jetzt. Wie man denn im Ausflug ganz gut hören konnte, also dieser Strudel zieht halt dieses ganze Unheil an und er versucht das dann mit seinem Amulett irgendwie zu vernichten, kann das aber nicht, weil dieser Strudel viel zu stark ist. Aber der ist halt dann wirklich so stark, dass er Teile Moskaus wirklich zerstören würde. Also sie würde nicht einfach nur hinfallen und sich das Genick brechen, sondern es würde ein Flugzeug auf ihren Wohnblock fallen oder sowas. Also schon ein relativ krasse Ausflugung. Ja, ein sehr großes Unglück, genau. Und sie wurde von jemandem verflucht. Also wir verfluchen ja tagtäglich andere Leute und sagen, du Blödmann, du Arschloch, was auch immer. Und da entsteht immer ein kleiner Strudel, der sich nach ein paar Stunden einfach wieder verzieht und meistens kein Unglück anzieht. Aber je krasser jemand verflucht wird, desto üblere Strudel können sich dann halt auch bilden. Über den Verfluchten oder über dem, der flucht? Über den Verfluchten. Also über den Verfluchten, ja genau, über den Verfluchten. Das ist ja voll gemein. Ja, genau. Ja, und er versucht den halt zu vernichten und kann es halt nicht und muss aber halt dann hinter seinem Opfer her, weil er es dann in der U-Bahn auch gefunden hat. Und darum geht es dann halt. Also er, ich will auch nicht zu viel erzählen, weil eigentlich ist es wirklich so interessant, man sollte es eigentlich selber lesen, weil es sind drei Geschichten, es sind drei Geschichten aufgeteilt, die teilweise so ein bisschen aufeinander aufgebaut sind. Also die sind auf jeden Fall chronologisch. Und es macht eigentlich, also es macht ziemlich viel Spaß, die zu lesen. Man kann auch dazwischen Pause machen, die sind dann jeweils auch nicht so lang, nur so 150 Seiten oder 200. Und dann hat man eigentlich auch ein ganz gutes Pensum. Die Charaktere sind sehr gut ausgearbeitet. Vor allem der Anton Gorodetsky wächst einem recht schnell ans Herz. Durch seine etwas unbeholfene, aber doch willensstarke Art besticht er dann und gibt der Geschichte somit einen super Hauptcharakter. Die Mediencharaktere bestechen vor allem dadurch, dass sie nicht so oft auftauchen, aber da, wenn sie auftauchen, für längere Zeit an Gorodetskis Seite bleiben und dadurch halt dann einfach ein bisschen tiefer entwickeln können, weil sie dann, ja, es wird sich so ein bisschen individuell um die Nebencharaktere gekümmert und das nicht so in einem abgearbeitet. Die Geschichte geht flüssig voran und wird gut erzählt, ohne dass dabei zu viel auf Beschreibungen oder innere Monologe geachtet wird, die in dem Fall einfach auch nicht nötig gewesen wären. Es gibt am Ende so ein paar Suggestie-Fragen, die einfach irgendwie nicht nötig gewesen wären, die aber für den, naja, in der Sekunde, wo man es liest, macht es nicht unbedingt viel Sinn, aber im Endeffekt, wenn man das Ende dann wieder liest, macht es Sinn, dass diese innere Monologe da gestanden haben, deswegen will ich das mich mal mal nicht anmahnen hier. Also insgesamt, der Sprachstil war sehr gut und man kann das, man kann auf jeden Fall mehr von ihm lesen. Okay. Genau. Das Buch ist relativ alt, ich weiß jetzt nicht, wann es rausgekommen ist, ist im Heine Verlag und kostet 10 Euro und hat so, ich glaube, knapp 500 Seiten, ein bisschen mehr, 550 ungefähr. Das ist ein Wort. Ja. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sowas mag, also mir hat es gefallen. Wollte ich auch immer noch anfangen. Mein Vater, die auch alle zu Hause stehen. Ist mal was Interessantes. Ist mal was anderes. Ja, damit wär's dann diese Folge auch schon wieder. Nee, Jungs. Wie die Zeit rennt, mein Gott. Unglaublich. Endlich bin ich euch los. Endlich. So. Worüber reden wir nächste Woche? Mal sehen. Gute Frage. Ich denke mir was aus. Lasst euch überraschen. Aber es ist auf jeden Fall eine normale Folge. Genau. Okay. So ist es. Gut. Dann Leute, macht's gut. Lest was Schönes. Lest was Schönes. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschösen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020